Was gibt's Neues von den Außerirdischen? Bevor ich damit anfange in der heutigen Sendung, will ich noch mal kurz was zu einem Science-Fiction-Film sagen, der unlängst im Fernsehen kam und der vor einiger Zeit ja schon im Kino lief, nämlich Independence Day. Ich will Ihnen mal eines sagen. In diesem Film passiert etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Da schafft es einer, in den Computer von Außerirdischen, die also Billiarden Kilometer zu uns geflogen sind, die eine unglaubliche Technik verfügen, da schafft es einer, mit einem Apple-Laptop, glaube ich, ein Virus in den Computer der Außerirdischen hinein zu transportieren. Also eines will ich Ihnen mal sagen. Mit Außerirdischen, die nicht weitergekommen sind als Microsoft und Apple, will ich persönlich nichts zu tun haben.